Jan Laik ist Gastronom, Musiker, D.J., Unternehmer, Designer und jetzt auch wieder im Reality-TV zu sehen. Man kennt den gebürtigen Hamburger Jan Laik, 37, aus dem Soab-Format Berlin, Tag, Nacht, wo er von 2011 bis 2012 Barkeeper Carlos Hansen gespielt hat. Ihm wurde damals von Sender RTL 2 gekündigt, weil eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn vorlag. Jetzt ist Laik wieder im TV zu sehen, bei seinem alten Sender. Die dritte Staffel von Kampf der Reality-Stars startet mit ihm als Kandidat am 13. April bei RTL 2, in der Sala ist der Soap-Store beliebt und nimmt die Position des Anführers ein. Besonders süß, seine Bromance mit Konkurrent Yasin Mohamed, 29, und dem Schäfer Heinrich, 55, in Folge 2 der TV-Show gab es dann aber Tsov. Jan boykottierte das Bestrafungs-Match und stiftete auch noch andere dazu an. Als dafür der Rausschmiss drohte, ruderte er zurück und fügte sich doch. Da half nur noch eine Entschuldigung. Ich hatte Hunger und war ein bisschen sauer. Sorry dafür. Gut, danke Linda. Danke.